Musik Der Name Steinway & Sons steht für Tradition, Innovation und Perfektion. Und dieses sind nur einige Attribute, die die Marke auch heute noch so erfolgreich sein lassen. Ein Steinway ist nach wie vor das Synonym für den Flügel und Traum aller Menschen, deren Herz für die Musik schlägt. Wie viel Liebe zum Detail, Passion und Erfahrung in jedem einzelnen Instrument stecken, offenbart sich erst bei einem Rundgang durch die Steinway-Fabrik. Alles beginnt mit dem besten Holz. Natürlich gewachsene Vollhölzer wie Ahorn, Fichte, Kiefer, Bubinga, Buche und Pappel werden von den Steinway-Experten sorgfältig ausgewählt und anschließend bis zu zwei Jahre gelagert. Durch eine ständige Luftzirkulation wird die Holzfeuchte gesenkt und das Holz kann auf natürliche Weise altern. Erst nach diesem schonenden Trocknungsprozess wird mit der Verarbeitung und dem Bau der edlen Instrumente begonnen. Das Steinway-Integralgehäuse, auch RIM genannt, besteht aus bis zu 20 Hartholzschichten aus Ahorn und Mahagoni, die in einem Arbeitsgang miteinander verleimt werden. In einem speziell entwickelten Biegebock wird der RIM in seine typische Form gebracht. Anschließend, in einer Ruhezeit von durchschnittlich 100 Tagen, wird sichergestellt, dass er diese Form auf unbegrenzte Zeit behält. Das Gehäuse hat die Funktion eines Klangkörpers, denn es steht unter Spannung und verfügt somit über eine höhere Schallleitfähigkeit. Das Ergebnis ist ein optimales Klangerlebnis in Ton und Volumen. To build the best piano possible, so lautete die Philosophie des Firmengründers Henry E. Steinway. Auch heute noch werden die Instrumente zu einem hohen Anteil in Handarbeit gefertigt. Maschinen haben deshalb in sehr wenigen Bereichen der Fabrik Einzug gehalten, denn sie werden nur dort eingesetzt, wo sie präziser arbeiten als der Mensch. Im Bereich des Gehäusebaus und der Teilefertigung zum Beispiel erreichen CNC-Maschinen eine Genauigkeit von einem Zehntel Millimeter und sorgen so für eine Verbesserung der Qualität, für mehr Präzision und Langlebigkeit. Der Resonanzboden wird auch als die Seele des Flügels bezeichnet. Er ist einer der wichtigsten Bestandteile des Klangkörpers und deshalb legt Steinway & Sons besonders großen Wert auf die Selektion des Holzes. Feinste Sitka-Fichte wird präzise auf Farbe, Faserstruktur und Jahresringdichte geprüft und zum Rohboden zusammengestellt. Nur etwa 20% des georderten Holzes kann diesem hohen Anspruch gerecht werden. Der Steinway-Resonanzboden arbeitet nach dem Prinzip einer Membran. Um die bestmögliche Flexibilität zu erhalten und damit auch mehr Kraft und eine größere Tonlänge, wird der Resonanzboden zu den Enden hin ausgedünnt. Dieses Verfahren und das Aufleimen der Rippen und des Stegs verleihen ihm eine vorgegebene Wölbung, die für eine lange Lebensdauer und Klangfülle sorgt. Der Bau des Resonanzbodens ist eines der wenigen Geheimnisse, das Steinway & Sons sich bis heute bewahren konnte. Die bis zu 180 Kilogramm schwere, glockenförmige Gussplatte ist der einzige Bestandteil des Steinway-Flügels, der sich nicht durch Eigenschwingung auszeichnet. Durch ihr Gewicht und den hohen Kohlenstoffanteil des Graugusses nimmt sie die Zugkräfte der Seiten auf. Nachdem die Gussplatte in der Bohr- und Fräsmaschine bearbeitet wurde, wird das raue Material per Hand glattgeschliffen. Im nächsten Arbeitsschritt wird sie bronziert. Anschließend erhält sie den typischen Steinway & Sons Schriftzug, liebevoll von Hand bemalt. Zusammen mit der noch rohen Gussplatte wird der Resonanzboden in das vorbereitete Gehäuse eingepasst. Diese Bauteile sind von nun an nicht mehr voneinander trennbar, denn hier geht es um absolute Präzision und Individualität. Mit einer Schnur wird der Seitenverlauf simuliert und auf dem Steg durch das sogenannte Gräbenziehen wird die spätere Steghöhe festgelegt. Die Diskantseiten bestehen aus Stahl, während die Bassseiten einen runden Stahlkerndraht haben, der mit Kupfer umsponnen ist. Sobald Resonanzboden und Gussplatte fest eingebaut sind, wird der Flügel mit den Stahl- und Bassseiten versehen. Die Bespannung der Seiten erfolgt kreuzweise. Dadurch können unter anderem die Bassseiten verlängert werden, ohne dass hierfür das Gehäuse verändert werden muss. Längere Seiten erzeugen eine Verbesserung der Tonqualität und mehr Volumen. Beim Regulieren der Mechanik werden ca. 7500 Einzelteile perfekt aufeinander abgestimmt, um ein optimales Zusammenspiel der jeweils 88 Tasten, Hebeglieder, Hämmer und Seiteneinheiten zu erreichen und dem Pianisten das geforderte Spielgefühl zu bieten. Hierzu erfolgt ein präzises Austarieren aller Tasten, die jede für sich ein genau definiertes Niederdruckgewicht und Aufgewicht aufzuweisen haben. Auch Arbeiten wie das Regulieren der Hammerköpfe und Aufsetzen der Dämpfer werden in dieser Abteilung durchgeführt. In jedem Detail findet sich die konzentrierte Präzisionsarbeit und Erfahrung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder. Nicht umsonst handelt es sich hier um die zeitaufwendigsten Arbeiten beim Flügelbau. Die meisten Flügel verlassen die Steinway-Fabrik im eleganten Schwarz, hochglanzpoliert. Der Polyesterlack wird in verschiedenen Arbeitsgängen etwa einen Millimeter dick aufgetragen. Nach der ca. dreiwöchigen Trockenzeit wird die Oberfläche in unterschiedlichen Schleif- und Polierschritten auf ungefähr 0,5 Millimeter gleichmäßig zurückgeschliffen und so lange bearbeitet, bis ein unverzerrtes Spiegelbild und der charakteristische Glanz erreicht sind. Durch die Intonation wird die Klangfarbe bzw. der Klangcharakter des Instrumentes festgelegt. Im Gegensatz zur Stimmung ist sie nicht messbar. Jeweils vier Intonöre sind an diesem wichtigen Arbeitsschritt beteiligt, um hier Schwächen auszuschließen. Die Intonation erfolgt mithilfe einer Intoniernadel, mit der die Facharbeiter die Hammerkopffilze in deren Schulterbereich elastisch stechen und so den Klang eines jeden Instrumentes bearbeiten. Ziel ist es, eine gleichbleibende Tonqualität, einen gleichbleibenden Klangcharakter und nicht zuletzt den unnachahmlichen Steinway-Klang zu erzeugen. Als letzte Instanz überprüft Chef-Intonieurin Wiebke Wunsdorf jeden einzelnen Flügel. Erst wenn sie ihn für gut befindet und den Backenklotz mit ihrer Signatur versehen hat, darf er die Fabrik verlassen und seinen zukünftigen Besitzer erfreuen. Der normale Vertrieb der von Steinway & Sons hergestellten Instrumente erfolgt über autorisierte Fachhändler. Sie kommen, wenn möglich, gern nach Hamburg, um die Flügel persönlich auszuwählen. Namhafte Pianistinnen und Pianisten, Repräsentanten von Institutionen, Konzerthäusern oder Hochschulen bevorzugen es ebenfalls, im Auswahlsaal der Steinway-Fabrik die Flügel anzuspielen, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Denn neben dem Klang sind auch die besonderen Ansprüche der Musiker an das Spielgefühl ausschlaggebend. Und da kein Steinway dem anderen gleicht und jeder Flügel seinen individuellen Charakter in Bezug auf Klang und Anschlag besitzt, ist die Auswahl ein nicht zu unterschätzender Prozess. Schließlich soll das Instrument seinen neuen Besitzer über einen sehr langen Zeitraum mit schönstem Klang erfreuen.